So! Das dann du mal! Nee! Dann halt nicht, dann machen wir keine! Ist es mega? Ja! Willkommen zu einer neuen Runde CSGO Wingman! Mit Yannick von All In diesmal! Hallo! Von außen habe ich noch keinen gesehen? Außen beide! Die sind richtig durchgelaufen! Ja, außen rechts halt! Haaaaaaah! Easy snack, sagst du! Ja, aber nie weg! Jo, schön! Also, ich bin jetzt einfach nur auf Deko! Ich hab den geregelt da schon! Könnt ich mir einen arroganten Spruch finden? Bist du direkt am Sack! Ja! Ja! Ich glaube außen rum! Ja! Falls dies erlaubt ist! Bin geblendet! Das ist nicht toll! Ja! 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 Einmal! Unruh! Einmal! Ja, jetzt bin ich nur noch Dirk für Leute. Denken wir nicht jetzt gleich eine wunderschöne Splitty. Hat die scheiß Diegel schon wieder nicht gekauft, der Pippi-Pirat, Alter. Ja, hinten. Oh! Aua! Schon wieder! Alter! Einen habe ich Tropfen gedrückt. Nein! Ich habe einen drin. Lol. Alter! Das war die beste Runde aller Zeiten. Alter! Ich habe zwei Leben. Äh, Yannick ist nicht Yannick ohne Team-Kill. Ich schwör's. Heute stand was eigentliches drin in den Kommentaren. Echt? Ja, Yannick ist nicht Yannick ohne Roadkill. Quasi. Ach schön, das hat der Sven mir vorgelesen tatsächlich. Na, deswegen kommst du drauf. Nee! Ja, kann sein, weiß ich nicht. So unterbewusst. Ja, das ist möglich. Nein, ey, einer ist geradeaus durch in den Gang. Das war knapp. Ja! Meine Finger tun mega weh. Deswegen. Er gibt zwar viel Sinn, aber ich glaube, der plantet. ist auch eine Art Team-Map. Muss man einfach so. Oh Mann. Aber wir haben schon echt oft solche Anfänge und dann haben wir halt irgendwann gesmasht. Ja, das stimmt. Das ist leider wirklich so. Oh, ich probier wieder aus, ne? Weißt, was ich meine? Hoffentlich. Na du, ich probier nur aus. Ich hoffe mal, dass ich jetzt, dass die jetzt richtig laufen, dass ich die jetzt treffen kann. Nein! Ey! 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 Was ist das? Was ist das? Okay, außen. Der Chromium. Digga, dieses Chromium, das geht mir so auf den Sack langsam, ne? Oh. Da wird sie wieder top sein. Ja, Onsport einfach. Eine außen? Also, Onsport war auf jeden Fall eine Flash. Okay. Wo ist denn der jetzt? Zeig dich mal, mein Schnuggi. Erblendet. Bis zum AK? Nein, ich hab meine Arbe. Okay. Okay, die ist besser. Aber der hat beide wenigstens gekauft, das ist ein gutes Zeichen. Gefällt mir. Von daher der Brand ist auch ganz gut, dass ihr mal dann verzögern müsst. Äh, ja. Aua. Unten. Habe ich. Nein, da oben. Habe ich noch einen Spot. Habe ich. Oh, nice. Easy play. Kapi. Uiuiuiui. Alter. Alter. Vor allem. Vorher schießt auf dich und trifft mich hinten dran. Ey, so ne Kacke. Der ist schon witzig. Ja, finde ich nicht. Und ich hab seine Ködergranate. Boah. Geht's wieder. Fang auf. Scheiße, ich hab die Granate zu tief gewonnen. Nice. Einer Spot. Den hab ich gedrückt. Der andere weiß nicht, sieht das vermutlich wieder aus. Oh mein Gott, hab ich den ausdrückt gedrückt. Oh. Ich. Ich. Ich wollte rein, ich wollte reinziehen, ich hab's nicht geschafft, drück einfach ab und gib ihm. Ah, das Zeichen hat auch dafür da. Stimmt, dafür gibt's ja mittlerweile auch ein Symbol für. Das ist cool, das ist wirklich cool. Alter, 7-0, what the fuck? Oh, Verbreitung, okay, die werden, die stoppen uns. Ach, Mann. Bis auf einmal wieder still wird, ey. Dieser Heli da, teilweise, gehen wir echt auf den Sack. Ja, Spot. Beide? Mindestens einer. Beide, okay. Beide wahrscheinlich rechts, ja, ja. Leider nicht getroffen. H1, nice. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Komm durch die Lücke. Okay. Wo ist denn jetzt hin? Oh, nice, nice. Let's go. Andere Seite, andere Seite. Ja, stoppen. Hey, Macarena. Hi. Jetzt kann auch alles passieren. Alles drin, außer Los. Jetzt 8-0 stopp, was hier los? Okay, AT war krass bisschen. Warte, ich finde, das ging wieder mega schnell. Die vorhin. Also sieben Minuten. Mirko, wir müssen jetzt mega strim. Ich muss mich jetzt töten lassen. Das ist einfach crazy. Das ist einfach crazy hier. Einer außen. Hat mir gedrückt. Einer außen auf jeden Fall. Belastend. Einer ist geradeaus durch. Na ja. Ich glaube, der andere kommt wirklich von hinten jetzt gerade. Wo kommt der denn? Nein. Nein. Einer abgedrückt. Wo war ein Aim? Läuft. Von spawnen, glaube ich. Von spawnen, spawnen, spawnen. Nice. 9-0 stopp. Let's go. Lass uns ein Up-Ring-Match bleiben. Lass uns ein Up-Ring-Match bleiben. Das wäre am besten. Oh ja, moin. Also das. Alter, das war krass. Da würde ich auch schnell lieben, Leute. Holy shit. Holy shit. Puh. Meister Brandschaden, 77. Meister Auszeichnung als beste Spieler. Holy shit. Das war eine schnelle Runde. Wirklich. 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 Tschau. So, aufnehmen. Das kommt mir jetzt davor. Oder, oder, na, dann nachgucken. Wow. Hast du Glück? So, was? Bezahlvorgang. Alles klar. Behälter öffnen. Mirko, halt dich, dann halt dich fest. Wir drücken. Öffnen. Chroma 3. Okay. Episch ist drin. Und wir kriegen... Hm, die orangefarbene Treffer. Geil. G3. Ficke. Belastend. Aber ich hab noch einen, alles klar. Auch man, ich will auch. Chroma 2 Key, wir öffnen. Wir öffnen. Wir öffnen. Okay. Ein episches Kindes drin. Okay, die Igel, aber es wird die Nägel. Äff. Gott sei Dank. Hat sich gelohnt. Nicht. Nicht. Werbung. Das ist so unfair. Wieso ist die Welt so mies? Ich will doch nur ein gutes Spiel haben. Genau. Ich hab ein Spiel bei Halloween gesehen und kann es nicht kaufen. Weil ich kein Geld hab. Kann mir nicht jemand irgendwie eine Seite empfehlen, wo man günstig Spiele kaufen kann. Ja, das können wir. Echt? Wo denn? Bei Instant Gaming. Was ist Instant Gaming denn? Da ist All In der offizielle Partner. Das bedeutet, wenn du über den Link in der Videobeschreibung stehst, draufklickst und dann ein Spiel dort kaufst. Es ist nicht nur billig mit Garantie, sondern auch eine Unterstützung für All In. Und das ohne, dass du noch was drauf bezahlst. Echt? Wirklich? Ja. 3% vom Kauf gehen an All In. Oh, krass. Und damit unterstütze ich All In? Ja. Boah. Und ich zahl nicht mehr? Nein. Play Smart Pay Less, Junge. Boah. Das ist echt cool. Vielen Dank. Kein Problem. Klick jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Und los geht's. Goy. Es ist so so cool.